So, das Riesen-Tentakel-Monster ist besiegt, die Queen Zenobia ist gesunken und O'Brien war gerade dabei, uns wirklich alles zu erzählen. Ja, wir sind gespannt. Ja, man nennt sie Terra Grigia. Hier ist nichts mehr zu retten. Ich habe mal so gar nichts mehr. Die wollen mich ja wohl verarschen. Ich habe keinen Schuss, nichts. Ich kann den Messern. Ja, was ist das denn? So, das war's. Weder Schuss noch Kraut. Oh, hier ist doch eins. Na, das ist ja interessant jetzt. Missioner Lansdale hatte recht. Ja, der Boss wollte den Geltungsbereich der FBC immer erweitern. Genau vor dem hier hat er die Welt immer gewarnt. Durch diesen Vorfall machte die Krise Schlafzahlen. Könnte gute Werbung sein. Ja, vielleicht begreift die internationale Gemeinschaft es dann. Die FBC braucht noch viel mehr Einfluss. Ich kann dir da nicht helfen. Scanner habe ich auch keinen. Oh. Hier mit unseren... Boah, die hat scheint ja... ...jede Menge Munition zu haben. Oh. Boah. Wieder nichts. Ja, es geht mir gut. Sieht und hört man. Also tu nicht so. Gut, irgendjemand muss ihn stürzen. Hacker? Alles klar. Das HQ will, dass du abziehst. Aber ich kann immer noch kämpfen. Nicht sehr überzeugend. Also los jetzt. Vierschuss. Wir können noch nicht abziehen. Da draußen sind Zivilisten. Ah, immerhin 14. Sie sind in der Überzahl. Wir müssen uns sammeln. Äh, und... Ach so. Ne, ist keine Tür. Da ist eine Tür. Wie haben sie das mit so wenigen Leuten geschafft? Hat sie bewaffnet? Kann ich nicht ran? Diese Terroristen müssen bestraft werden. Diese Bastarde! Nichts. Dabei brauche ich es doch mehr denn je. Ach, 14 Seiten zu lesen. Artikel aus dem Daily Courier. Ja. Okay. Gleich wieder einnehmen. Äh, etwas freundlicher, aber... ...nur die Hand gern. Ist schon tot? Geht ohne mich weiter. Du bist zu jung für den Heldentod. Leiste was, bevor du dich abfährst. Ja, irgendwie stellen die jetzt schneller. Ein Schuss? Na, muss wohl nur platziert genug sein. Hm, da hinten ist wohl nichts mehr. Doch. Noch mal was zu lesen. Charter der... So, so. So, so. So, da ist noch ein bisschen Munition. Hier ist noch ein Kraut. Und eine Handgranate. So. Dann ist das hier. Also da hinten die richtige Tür gewesen, wo es weitergeht. Guck mal ruckzuck hin. Und ruckzuck weg. Ups. Ach so, da. Nicht gut. Du verlierst Blut. Es ist zu riskant, ihn zu bewegen. Er braucht erste Hilfe. Das. Ach so, jetzt dürfen wir. Aber zunächst... ...nochmal hier lang. Okay. Die Zeit muss sein. Ach so, hier sollen wir sogar hin. Shit. Dann komm ich da hinten. Ach so, er bleibt. Gut. Die medizinische Abteilung ist im vierten Stock. Da ist Verbandszeug. Wir kommen zurück, Kadett. Warte hier. Alles wird gut. Okay, gehen wir, Parker. Tornikei besorgen. Tornikei. 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 Oh, mal wieder ein bisschen MG. Ach so. Ich muss wieder zurück. Scan ist nicht. Weil nicht da. Ach so, hier ist er kein. Also... Ah. Alles leer. Äh... Ach, das ist schon wieder nicht die richtige Etage, ne? Ja, dann müssen wir doch zum Aufzug. Ja. Geht klar. Oder zum Treppenhaus. Boah! Der... ...kippt jetzt um. Aber eben nochmal kurz hier unten. Ne, da ist nichts. Ja, ich weiß, aber... Ich wollte gerne nochmal gucken, ob es hier noch was gibt. Kennst mich doch. Scheiße. Das wollte ich nicht sehen. Ich hab da was mitgebracht. Oh Gott. Äh, tot? Lässt ihn nicht öffnen. Aber... Egal. Egal. Vielleicht liegt da oben ja noch was. Jawohl. Doppeljawohl. Egal. Gut. Mission erfüllt. Jetzt gehen wir in den vierten Stock. Entschuldigung. Egal. Oh Gott. Egal. Leer, nicht leer, aber jetzt. So Jessica, halte ich bereit. Hunt, Granate, zwei Stück, zwei Hunter. Ja. Kopftreffer sind auch sehr, sogar mit der, mit der Waffe hier effektiv. Erledigt. Oh, das war gut von Jessica. Sonst hätte er mich erwischt. Ähm, ja, dafür holt er das jetzt nach. Oh, so langsam füllt sich. Was ist das denn? Achso, das Tunike. Okay. Ähm, das Waffenarsenal, beziehungsweise das Munitionsarsenal wieder. Raymond for Orson. Wird gemacht. Wird er noch alles mitgenommen? Nein, haben wir nicht. Auch ist voll. Auch. Der. Ach, probiere ich schon wieder so weit, dass ich gar nichts mehr mitnehmen kann. Gut, zurück zu Raymond. Aber erst beim nächsten Mal. éh play. Hehehehe. Hehehe. Star Trek. Toll O helps. Vielen Dank.